Ja und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und heute soll es um das Trainer-WM in Mannheim gehen, was mich tatsächlich gestern sehr, sehr überrascht hat. Ich habe nebenbei Liverpool so ein bisschen geguckt und auch ein bisschen hin und her geschaltet zwischen dem Spiel und dem Pokalspiel von Lautern und ja, auf einmal kam da diese Nachricht rein, dass Rüdiger Rehm entlassen wurde und Marco Antwerpen direkt da ist als neuer Trainer. Das hat mich persönlich wirklich extrem überrascht, da habe ich nicht mehr mit gerechnet. Ist tatsächlich lustigerweise ein ähnlicher Zeitpunkt wie im vergangenen Jahr noch mit Thomas Reis, der bei Schalke entlassen wurde. Der wurde glaube ich auch an der Mittwoche entlassen und dann war schon Freitagabend das nächste Spiel. Das ist jetzt bei Waldhof Mannheim nicht der Fall, die spielen ja Sonntag zu Hause gegen Preußen Münster. Von der Hinsicht gibt es noch ein paar Tage Zeit, dennoch ist es schon ein bisschen komisch, dass man am Freitagabend noch 4 zu 1 auswärts gewinnt beim Halleschen FC und dass man dann noch so viele Tage wartet, bis man dann wirklich den Trainer entlässt, bis es offiziell wird. Sicherlich werden die Verhandlungen dann auch so lange gedauert haben. Dennoch natürlich ein sehr, sehr komischer Zeitpunkt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das Ganze nicht so ganz in der Hinsicht, dass es vor der Winterpause, also im letzten Hinrundenspiel und im ersten Rückrundenspiel, da gab es ja zwar noch zwei Siege, aber man muss sagen, dass gerade das erste Rückrundenspiel dann gegen 60 München zu Hause, dass man das Spiel 1 zu 0 gewonnen hat, das war auch wirklich, ja, im einen von 100 Fällen hätte man das Spiel so praktisch 1 zu 0 gewonnen, denn 60 München hat da unglaubliche Chancen liegen lassen und es hätte durchaus gute Argumente gegeben, trotz dieser zwei Siege zu sagen, die Entwicklung der Mannschaft stimmt nicht, wir entlasten jetzt den Trainer Rüdiger Rehm und versuchen es mit einem Neuen in der Winterpause nochmal ganz von vorne praktisch anzufangen. Stattdessen hat man aber weiter mit Rüdiger Rehm gemacht, hat dann zwei Spiele verloren, davon eins sehr unglücklich kurz vor Schluss gegen Lübeck mit zwei Gegentoren in der Nachspielzeit und dann verliert man gegen Dynamo Dresden, was eigentlich der Normalfall ist, gewinnt dann jetzt souverän und, ja, man muss natürlich auch sagen, sehr mit Momentum in dem Spiel einfach, dass man wirklich dann gefühlt jede Chance genutzt hat, aber dennoch gewinnt man dann 4 zu 1 beim direkten Konkurrenten und fünf Tage später auf einmal kommt diese Nachricht, das ist dann einfach, ja, ein Zeitpunkt, der, wie ich finde, aus der Hinsicht keinen Sinn macht, weil einfach Rüdiger Rehm, es hätte so viele Chancen gegeben, den Rüdiger Rehm schon viel frühzeitiger zu entlassen und die hat man alle verstreichen lassen und auf einmal kommt das so wirklich aus dem Nichts. Wie gesagt, ich habe gar nichts so sehr gegen die Tatsache, dass man Rüdiger Rehm entlassen hat, das finde ich, ist mehr als vertretbar, auch trotz eines Sieges, da sollte man sich auch nicht immer von einzelnen Spielen so sehr abhängig machen, immer dieses typische, ja, wenn er das jetzt verliert, dann entlassen wir ihn, aber, ja, das, also da kann nicht mehr viel Überzeugung da sein. Nichtsdestotrotz, ja, hätte es einfach mit diesen auch nicht guten Spielen vor der Winterpause, auch das Heimspiel gegen Aue, da hatte man erstmal noch ein paar Minuten gebraucht, bis man dann wirklich mit dem ersten Tor dann auch das Momentum aus seiner Seite hatte, was aber vollkommen okay ist, solche Spiele gibt es in der dritten Liga ganz häufig, das kann man jetzt Rüdiger Rehm nicht ankreien, aber dann mit dem nächsten Spiel, das dann wieder eigentlich in eine sehr schlechte Richtung ging, was dann einfach nur vom Ergebnis her sehr gut war mit dem 1 zu 0 gegen 60 München, da hätte es wirklich diese Top-Argumente gegeben und stattdessen, ja, entlassen wir ihn jetzt Rüdiger Rehm, aber ich möchte natürlich nicht nur über diese Tatsache sprechen, sondern auch, ja, über den neuen Trainer Marco Antwerpen und, ja, den finde ich ist eine ganz spannende Personalie, weil der einerseits taktisch in der Hinsicht flexibel ist, also was die Grundformation angeht, kann sowohl mit einer Viererkette als auch, ja, Dreier- beziehungsweise Fünferkette agieren, in Lautern hat er eben letzteres vornehmlich gemacht und hatte ja damals vor drei Jahren seinen Einstand in Mannheim, lustigerweise mit Kaiserslautern, dass Kaiserslautern ja direkt 2 zu 0 gewinnen konnte, das Spiel durch Tore von Zuck und Kleinsorge damals und, ja, hat da in Lautern auch eher so für einen defensiv denkenden Spielstil in erster Linie gestanden, also dass man auch über die Defensive dann in die Offensive gelangt, ist auch jemand, der gerne dann hoch anlaufen lässt und, ja, gewissermaßen auch für ein gewisses Chaos sorgt, also es ist jetzt nicht nur der flache Spielaufbau, sondern ganz im Gegenteil auch durchaus lange Bälle, gerade auch so ein Zielstürmer und da hat er eben wieder Terence Boyd, der ja auch damals in der Ausstiegssaison von Kaiserslautern ganz eindeutig das, ja, fehlende Puzzleteil war, also die sind wieder vereint und wie man ja jetzt tatsächlich hört, ja, wird er noch weitere Weggefährten noch verpflichten, da sind jetzt unter anderem Kraus und Herrcher vom 1. FC Kaiserslautern, ja, in Gesprächen oder beziehungsweise im Gespräch bei Mannheim, die werden wohl sogar auch heute noch vorgestellt, auch Kobi Lanski, den er ja auch schon, ja, aus früheren Tagen kennt, der ist jetzt auch wieder im Gespräch dann zu ihm zu kommen, beziehungsweise das wird sogar ziemlich sicher so sein, genauso Lukas Klünter, der letztes Jahr bei Bielefeld gespielt hat, jetzt ein halbes Jahr vereinslos war, also da kommt vor allem eine Menge Drittliga- und teilweise auch Zweitliga-Erfahrung zum, ja, Waldhof Mannheim und ich finde, das sind an sich durchaus gute Transfers, nur muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ordentlich Bauchschmerzen damit, wenn ich an die Zukunft von Waldhof Mannheim denke, denn sie haben bereits im vergangenen Jahr knapp eine Million Minus gemacht und, ja, wenn man jetzt bedenkt, dass die beispielsweise Kevin Gohn für eine gewisse Ablösesumme aus der Regionalliga West geholt haben, an dem auch andere Vereine da waren, dementsprechend wird er auch ein gewisses Gehalt bekommen, über Terrence Boyd müssen wir gar nicht erst reden, knapp 100.000 Ablöse und sein hohes Gehalt und jetzt holt man noch drei bis vier neue Spieler, womöglich am Deadline-Day, also dann vor allem in der Wintertransfer-Periode, da, ja, muss ich sagen, glaube ich, da geht man jetzt schon ordentlich finanziell, ja, in Anführungsstrichen all in, also man geht ganz schön ins Minus einfach, was einem dann die nächsten Jahre wieder belasten wird, dazu jetzt auch ein neuer Trainer, also ich finde es Wahnsinn, was Waldhof Mannheim jetzt noch für ein Geld investiert, ich glaube, oder aus meiner Sicht wäre es gar nicht nötig, ich finde, man hat jetzt mit zum Beispiel Terrence Boyd vorne im Sturm und wenn er zum Beispiel auf Doppelspitze stellen würde, dann nehmen Kevin Gohn noch ein, ja, sehr gut eigentlich funktionierendes Pärchen vorne, das, ja, glaube ich, sehr gut passen würde einfach zu dem, was Antwerpen grundsätzlich will, eben diesen einen Wandstürmer und den Stürmer drumherum, der dann auch viel in die Tiefe gehen kann, damit wäre man sehr, sehr gefährlich bei Kontersituationen, ich könnte mir bei einer Fünferkette aktuell sehr gut auch vorstellen, dass zum Beispiel ein Lauret Jans dann eine dieser, ja, diese rechte Innenverteidiger-Position zum Beispiel übernimmt und dann über die rechte Seite Arase links Guras, da hätte man eine Menge Tempo auch auf den Außenbahnen und, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das schon sehr gut funktionieren würde, dass man eben einfach den Klassenerhalt schafft, aber jetzt mit dem Kevin Kraus, mit einem Philipp Hercher dann vielleicht noch und vor allem Kobi Lanski auf der 10 und, ja, Lukas Klünter, der ja auch dann die rechte Außenbahn eigentlich bekleinen sollte, vielleicht macht er dann aber auch den rechten Innenverteidiger in der Dreierkette, das hat er zuletzt auch öfters gespielt, da, ja, sichert man sich fast wirklich endgültig ab, dass man wirklich nicht mehr nach unten reinrutscht beziehungsweise, dass man dann einfach diese fehlenden Punkte, die man dann zum Klassenerhalt braucht, dass man die auch wirklich holt, aber so mit Blick auf die nächsten Jahre, was dann finanziell noch so möglich sein sollte eigentlich für Mannheim bei dem, was man jetzt investiert, also da glaube ich, ist das fast so ein, ja, Sterben auf Raten mehr oder weniger, denn ich sehe nicht, dass man mit dem Konzept, was man jetzt aktuell fährt, dass man da wirklich dann auch für die Zukunft so gewappnet ist, dass man aufsteigen kann und solange man nicht aufsteigt, wird man immer Minus machen mit dem Kader, den Mannheim hat, wenn man das auch mit den vergangenen Jahren so vergleicht, mit den finanziellen, ja, Kennzahlen und, ja, von daher glaube ich, dass das natürlich dafür sorgt, gerade mit Anwerten, der auch die Liga kennt, der jetzt auch in Lautern gut funktioniert hatte, dass man da schon, ja, den Klassenhalt jetzt praktisch dadurch sichert, aber auf die lange Sicht gesehen, boah, also da hätte ich jetzt als, Waldorf-Mannheim-Fan nicht so, ja, die besten Gefühle, aber, ja, warten wir das erste Mal ab, kümmern wir uns erst mal um diese Saison, da denke ich, wird ihnen das, gerade so ein Philipp Hercher auch noch, so ein Kraus für die Innenverteidiger und das sind ja durchaus auch Positionen, auf denen man noch gesucht hat, von daher denke ich, macht das auf jeden Fall Sinn, bei Kubilanski bin ich da ein bisschen skeptischer, der hat jetzt erst in der Hinrunde 450 Minuten gespielt in sieben Spielen, ein Tor, zwei Vorlagen bei Alt-Klinicke in der Regionalliga Nordost, da weiß ich nicht, ob der wirklich nochmal so dieser alte Kubilanski wird, das war auch bei 60 München sehr schwach von ihm, Klünter ein halbes Jahr vereinslos, auch das immer so eine schwierige Sache, wenn Spieler länger raus waren, aber, ja, wir werden es auf jeden Fall erleben, für mich ist auf jeden Fall jetzt damit klar, Waldorf-Mannheim mit einem sehr großen finanziellen Kraftaufwand, werden sie dann doch den Klassenhalt, denke ich, ja, relativ sicher schaffen und, ja, den Rest, auf den Rest können wir mal in den nächsten Monaten vielleicht mal schauen, ansonsten lasst mir gerne mal eure Meinung zu dem gesamten Beben jetzt in Mannheim da, ist auf jeden Fall auf der Distanz sehr, sehr spannend und, ja, würde mich mal eure Meinung gerne interessieren, vor allem von den Mannheim-Fans, ansonsten sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, lasst gerne ein Like auf dem Video da, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, macht's gut und ciao.